Ja moin! Was war denn das? Was zum Fick war das? Das man mit dem Maze Bank Tower rumfahren kann und wenn man aber... Ja moin! Das war düster, naja. Das war die Twitch. Bei mir. An mir. Beides. Schön. Schön. Und von links kommt noch einer. Ja. 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 Es harr des Staves, des Staves Stairs. Und die Diegel wäre auch nice. Echt? Denkst du? Tja. Monty? Moin. Hallo. Servus. Super. Die Bader kommt im Corridor. Links, ja. Kleinen Raum hinter dir. Max ist Junge. Also Marvin. Hm? Was? Was? Ja, weil der Junge ist Marcel halt. Ja, ich bin der Mod von Marvin. Ach so, Marvin. Weg. Geht's gut und hier? Äh, Bug im Corridor. Und Ping. Äh. Der Bakery war uns drinne. Ich guck. Ne, ne. Wir sind sie genockt. Also Bug ist immer noch und Ping. Kommt jetzt, push jetzt Richtung Aqua. Kommt. Schön. Schön. 4K. Gesehen. Mott von Kjunge, Digger. Mott von Kjunge, Digger. Mott von Kjunge, Digger. Ja, ich brauche mal Subscriber. Bei mir geht das soweit auch gut. Sehr schön. Das freut mich. No aiming. Steck ich nicht für den Follower. Schickst du mir weg? Wir müssen checken. Klar, jetzt. Hier. Ich werfe hier aus dem Fenster. Fliegen los. Das ist adoptisch. Ja, Pentos. Aus dem Fenster. So wie Barney, ja. Ich hab als Junge auch einen Merch. Und der Heimer. Sind alle auch im Spot. Jo. Rein Franzi, renn einfach rein, renn einfach rein. Oh, ich seh nichts. Ich bin's ganz gut. Mann. Wirklich. Ich werd gucken, ob ich den Diffuser bekomme. Hab ne Yokai. Die haben den Echo, Alter. Da war noch nicht! Ich bin doch nicht immer durchgelaufen. Eko. Ah. Eko lag da! Eko lag da. Mann oh. Na fuck. Kann man nur Cap' kann spielen. Er lag genau links in der Ecke. haha haha fach da sind drin oder hinter die die haben nichts wie kann man denn so ein glück haben also ich hab mir heute so hart den finger also den daumen reingeschnitten alter ich hab's gesehen amateur ja das ist richtig bescheuert gewesen alter weißt du ich mach das du kannst doch diese fetten klebeschreifen da ne das sind bei uns steht halt überall verkauf drauf die haben halt so farbe ne ich zieh das runter und ratz mir voll den finger auf ich blute erstmal den ganzen tisch voll merk nicht dass ich das aufgeritzt hab alter denk mir so hey mein tisch war doch vorher noch weiß haha perfekt und dann sagt so ein kunde ey sie bluten voll richtig krass ne und ich so echt scheiße und was mach ich als notlösung ich nehm den verkaufkleber und wickel den um einen daumen es wurde so richtig normal geschaut alter oh man bis dann so die chefin kam das kannst du doch nicht machen da gibt's pflaster für ja ich auch so hey warum das ding ist kostenlos pflaster kostet das habe ich so ein bisschen von meinem vater ja schon mal was von headset gehört ich glaub nicht ja gut vor einer uhrzeit da war ich nicht mehr wach ja ich weiß au der heft kapkan okay he is dead aure ach ja naja da kam noch was naja okay ich bin so eklig ne gewicht er Und bitte alle Mann festhalten, es geht los, 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 los. Bleibt jetzt der Link, Mike. Und wir starten die wilde Partie, bitte bleiben Sie so ruhig sitzen und halten Sie Ihre Arme und Beine bitte im Wagen. Und es geht los, los, los. Jetzt habe ich voll Bock auf Fritz. Du bist so kaputt, Alter. Das ist doch Feierabend. Das kannst du mir nicht erzählen, du Huren. Ich weiß echt nicht, welcher Anal-Missgeburt dich ausgebrüht hat, du dämliches IQ-Stück. Scheiße, Alter. Wer war bitte so Gehirn- Die Crash-Schnitz-Gelähmt, Alter, um dich auszuscheißen. Ja, da kannst du auf einmal schreiben. A. B. Upsalala. Sorry. Sorry. So schwierig, oder was? Ich wusste nicht mal, dass ich so hochkomme. Ich will jetzt auf einmal anfangen zu reden. Ja, jetzt so. In der letzten Runde, Alter. Ich will einfach verrecken elendig an deiner scheiß Mutter. Er sitzt halt Corner. Naja. Ich hoffe, deine Mutter damals hatte AIDS, Alter. Und du weißt es nicht. Ich gehe jetzt pissen. Nice. Sauer. Ich kann dieses Game nicht mehr. Was war das denn? Was war das denn? Ich spiel kein... Das ist ja immer schlimmer. Ich spiel kein Maverick. Das sieht man. Selten. Ja. Klatsch, 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 klatsch. Klasse, klatsch, klatsch, klatsch. Klaatsch. Ooooo dlatego. One more, one more. Aaaahhh! Ich wusste nicht wo, Digger. Die Kamera ist weg. Das machen wir mal nicht. So wiedergeschrieben. Auf YouTube. Macht nicht jemand von diesem Video oder was? Immer. Ich nicht. Ich nehm 24-7 auf. Beziehungsweise. Hehehehe. One tap. Weißt du was? Dafür kriegst du jetzt das Arbeitsamt Zeichen, Alter. Du hast verdient, arbeitslos zu werden. Pass auf Jäger könnte B sein. Snap, ich weiß nicht was du meinst. Ich weiß ja nicht mal was ich heut gegessen hab. Jäger kommt. Rotation. Da seid ihr ja genau. Sehr schön. Don't fuck. So macht man das. So macht man das. Perfekt. Hehehehe. 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 War schon irgendwie klar das was. Negro. Aber. Vielen Dank.